Musik Einen schönen gucken Morgen wünschen wir euch von der Insel Rust Hier vor unserer inzwischen eigentlich recht imposanten Behausung Naja, so langsam zumindest Ja, natürlich wieder mit dem Shirako und natürlich mit dem Pushover Jawohl So, nach unserer nächtlichen Bauaktion haben wir uns gedacht Wir brauchen wieder Materialien Und da nehmen wir euch jetzt mal mit Und zwar, ich hab mir da was ganz tolles gemacht hier Yay Und die werde ich jetzt gleich mal ein bisschen Gassi führen hier Ich freu mich ja immer wieder über diese Lichteffekte Ich mein, das ist halt Mega Schnell mal ein Frühstück rein, kloppen Äh, ne Hühnerbrust zum Frühstück, passt Ja, dann können wir gleich auch noch, wo wir beim Schlafen sind, zeigen, was ich da in der letzten Folge gesagt hatte Mit unserem potenziellen Nachbarn, den wir kriegen Von dem wir dann natürlich, äh, eine Pachtgebühr verlangen werden, wenn er sich da aufbauen will Selbstverständlich Ach, ist zu blöcke, ich bin ja, ja Ich dachte, ich bin gleich mit dem Problem, was, ey Ich auch, ey, ich war ganz kurz davor Oh, shit, ey Ich muss mittlerweile ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich meinen Parcours künzen Ja, ich hab auch schon eine Flashlight drauf Sieht man vielleicht so hier, ne Aber die wird jetzt eher weniger gebraucht Und ist halt einfach nur, ja, macht einfach nur aufmerksam Deswegen loss ich die mal aus Ich hab jetzt auch meine P250 zu Hause gelassen und den Revolver mitgenommen, weil Ich kenn mich ja, aber mir passiert immer irgendein Scheiß Zum Beispiel, du lootest, während ein tollwütiger Bär hinter dir her ist Nee Also das nun nicht Nee, nee, also sowas, nee, nee, nee Ich lass mich höchstens von einem Bären zu einer Klippe jagen und springe da dann runter Ja, kommt wahrscheinlich noch, kommt noch Ich trau dir da voll und ganz Diesmal ist meine Waffe geladen, Kollege Holz, hoho, Holz Da springt er schon gleich hin, wo ich hin will Yay, ja gut, dann geh ich zum nächsten Passt doch alles Oh, oh Wir wollten ja effektiv arbeiten hier Kann übrigens sein, dass ich eventuell ein kleines bisschen lagge Das liegt daran, dass ich halt eine 4000er Leitung habe Dementsprechend einen Upload von Maximum 60 KB Was, du hast Upload? Der komische da hinten hängt man besser in den Schnabel Ja, siehst du, da lecke ich auch schon Also ist da wirklich hier doof durch die Gegend Ja, und ich bin gerade dabei, eine Folge hochzuladen Dementsprechend geht halt, äh Menge Upload Äh, Verbindungsges... äh, also Ne, geht halt nicht gut Ja, leckt halt nicht Ich weiß gar nicht, wie viel Ja Ah, okay, ich hab schon was gepullt Läuft Ich denke mal, das bist du, ne? Juuuup Läuft Oh, oh Was los? Och, alles gut Ah Dumm, didum, didum, didum Läuft Ja, also, ich muss sagen, das sieht die Waffen-Szene auch schon richtig geil aus Also, gefällt mir Da hast du gerade richtig süß gelangt Ist das jetzt ein Wolf oder ist das jetzt ein... Ha, nice Ich hab ein bisschen Fleisch gefunden in nem Lagerfeuer, was hier stand Das hab ich da hingesetzt Was war denn das? Wenn das auf der Straße ist, dann war ich das Nice Oh, ich seh Holz Oder? Doch Oder... nein Irgendein gemeiner Strauchdieb hatte mir das gerade abgezockt Ha, in grün Hm Ja Ganz genau Oh, da hinten geht ja mal voll die Party Da hinten ist übrigens das, was wir meinten Da hat der Kollege ja auch immer das da hingesetzt Das ist auch mal der der Ball Ja, da ist ein Bär, komm Ja, komm hier Ich weiß übrigens, man sollte die Munition nicht verbraten für viele Spiecher Ich weiß das Aber Ich will die Waffe testen Ja, solange es nicht dein ganzer Stolz ist Ach mein ganzer Stolz, der ist sowieso die Nummer 1, ey Ja, das ist halt wie gesagt ein bisschen blöd mit meinem Upload, aber irgendwie müssen wir auch mal vorwärts kommen Ja, das kriegen wir schon hin Drei Hohens vorkommen nebeneinander Kennst du irgendwelche Lieder aus den, aus den, aus den, ähm, aus so Strafkolonien oder so? Wo die Gefangenen singen? Klar Wer, wenn ich, ich, als Ex-Knacki, ähm Ja, ja, klar, ne Ich hab ein ganzes Repertoire Ja, ja, Seams Ledger und so, ne Ich war der Hofner im Knast Das ist wiederum, das könnte ich mir sogar vorstellen Übrigens, äh, eine Realism-Mod installiert Ich hol jetzt richtig geil sogar auch Und hol die Zacken hin Ja, das ist echt so Aha, aha Kannst du mir glauben Aha, echt Er geht nämlich, bevor ich mich hier in den Links-Klick mache, geht er dann so hoch und, äh Aha Boah Seams Ledgered und so Äh, hast du was gepullt? Ja, ne? Ja Ich will nur Headshots sehen, dass es mal klar ist Ich bin gewohnt, dass die nach Drei-Schuss-Down gehen Aber, ähm Ich hab ja nicht die P250, sondern bloß diesen Hot-Reviver Selber schuld Ne, ist Nachher verrecke ich und verliere meine Pumpgun Ich seh es kaum Dann heißt es nur noch, wer hatte die große Fresse? Nein Äh, äh Oh shit, oh shit Läuft Puh Ah, ich finde das Biet hier, aber zum Fahren so weit ist es Wir könnten eigentlich mal die Straße so ein Stückchen runterlaufen In die Richtung Weil da nämlich viel mehr war mit viel weniger Tieren Echt? Ja, stimmt eigentlich So wie du da gerade stehst, sieht das so aus, als würdest du dir selbst im Kopf hängen Nice Das Blutspritzen mit mir aus deinem Schädel Ich geh da einfach schon mal in die Richtung In welche? In welche? Ich seh's ja nicht Wo bist'n du? Bin ich jetzt doof? Oh, zwei Bärchen Hä, wo bist'n du? Ah, ich seh dich Du hast gejagt Ja, genau Und in die Richtung geh' ich Lol Ah Okay, warte, das mach' ich dann doch mit Ding Ich seh mir schon ne Kugel in die Schnurrze fliegen Ich seh mir gerade eine fliegen Ah, das läuft Du haust die schon wieder in den Kopf Hör auf damit Weißt du, was du gegen? Machst du dir etwas Sorgen um mich? Ich muss gerade daran denken, wo ich dir vor der letzte Folge war, das glaube ich Als ich dir vor der letzte Folge war, dass ich dir vor das Gesicht geschossen habe Ey, ich bin tot arrekannt Ah, ich sollte vielleicht mal nachladen hier Ganz ehrlich Ich hab' mich verliebt In die Nachladeanimation Ah ja, Animation meiner Pumpgun Träum Ja Ich dachte gerade Nein Kommst du noch? Ich bin, äh, voll aufm Weg Also, so richtig so So ganz So voll und so Mit meiner Mit meiner Uhrzeit-Axt Ist halt einfach so Frag nicht Akzeptiere es Ups, da laufe ich den Lampen Ich weiß auch nicht podden Tum Dem 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 cem Nee, irgendwie nicht. Also ich singe, also ich, also ich hab ja schon, ich bin ja schon scheiße, ne? Aber das, das ist, das ist, alter, das sprengt mich. Ganz ehrlich, das sprengt die Arme, ey. Oh. Ich hab voll die, ähm, scheiße, die haben. Also für diese Originalgetreue nachmachen, musst du dir erstmal definitiv eine Lizenz holen, also, ganz ehrlich. Das, äh, ja. Dum 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 dum. Geht's aber sonst noch gut, oder? Ja, ja. Du hast das zweite Sache, mein Freund. Mit wem redest du? Hey, zähl doch mal. Ich dachte gerade, es ist ein Spieler oder so. Nee, nee. Also ich bin mir sicher, dass du das Holz hier nicht wolltest, ne? Deswegen, nehm ich's dir mal ab. Na, toll. Trollolol. Ich hab übrigens keine Munition mehr. Echt jetzt? Mhm. Mh. Ich stehe, das ist ein Schwein, ja. Hallo. Hallo. So, ist der Oma eigentlich noch offen? Nee, ne? Doch. Jetzt glaubst du immer noch offen. Doch. Ist aber bestimmt nichts drin, denke ich mal. Läuft. Was ist denn mit dem Kinder jetzt eigentlich? Ja, ich glaub, hier war das die große Ebene, ne? Jupp. Ja, ist natürlich schon mal sehr geil. Ich muss da ja mal einen kleinen Blick reinwerfen. Joa, viel Spaß. Oh, die haben ne Workbench, die mach ich kaputt. Ja, okay, den Weg hab ich mir gemerkt. Da ist nämlich ne Radiation Town. Den hast du dir gemerkt, ja? Ja. Diesmal hab ich ihn mir gemerkt. Hey. Und diesmal... Wieso geht denn jetzt die... Die Workbench geht nicht kaputt. Bei dem anderen war die nach ein paar Schlägen, war die da. Und hier? Tja. Ah, jetzt ist sie weg. Herzlichen Glühschrumpf. Klar, schlafen, Leute. Hoppla, jetzt kriegen wir nicht hier. Sind nur nur 200 Holz. Oder? Bin ich jetzt bescheuert? Weiß ich nicht. Ach, die Kacke. Da war doch nix. Nee, echt jetzt, ey. Haben wir uns verirrt? Nee, nee. Ich hab nur mal... Ich hab nur irgendwie... krumm geguckt, ey. Ich dachte, da war ein Gebäude, aber... Naja. Ich bin echt nur auf Holz aus. Boah. Ich hab echt nicht so viel saufen wollen vorher. Ich seh schon irgendwie Geisterstädte, ey. Na, hier. Da, 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 da... Na, hier. Warten da nicht grad zwei? Ach, da. Wir müssen jetzt mal den Mord uns an. So, auf zum nächsten. Nee, was, ich... Ich hole jetzt auch das Metall, weil wir brauchen echt auch noch Metall, ne? Ganz ehrlich. Zum einen werden wir verrecken, müssen wir uns die Waffen wiederholen. Und zum anderen, äh, brauchen wir ohne Ende Metal Dors. Aber richtig. Ja, gut, das... Naja. Und die Dinger fressen ja mal richtig. Oh, hier ist ein unsichtbarer Wolf. Nice. Töte ich. Siehst du, den Flirt? Ich kann... Ich seh den nicht. Ich glaub, ich bin nicht mal annähernd in der Nähe. Nicht mal im Entferntesten. Bzw. ich weiß gar nicht, wo du bist. Davon mal abgesehen. Das ist nicht nur ein Wolf, das sind mehrere. Nice. Also ein unsichtbares Wolfsrudel. Auf Doom. Jetzt seh ich sie. Drei Stück sind das. Alter. Ja, ich würd sagen, mit einer P-255 wäre das jetzt gut gegangen. Zu schade, dass du keine hast. Fuuuuck. Ich muss mich von denen wegdecken. Leggen. Ja, das hast du ja drauf. Also ich hab absolut drauf, ey. Ja, klar. Ich muss hier so ein bisschen Slalom laufen. Sind die bestimmt danach voll verwirrt und finden mich nicht mehr in den Busch und so. So fragt mich noch einer. Ja. Nice. Ich hör halt leider nix hier, ne? Ich würd dir ja gern helfen, ne? Aber ich... Hm. Klar. Trinkt nix, wenn ich jetzt einen Kilometer zurück renne. Ich bin ja weiter vor euch. Ich bin bei der Radiation-Tour. Nee, ich will's gar nicht wissen. Nee, ich will's einfach gar nicht wissen. Ich geh da jetzt noch mal rein in die Pern und guck da mal in kurz, ob ich da was Schönes finde. Weil wenn ich schon mal in der Nähe bin, wollen wir uns das nicht hingehen lassen, so. Der andere hat mich jetzt auch in Ruhe oder auch nicht gelassen. Ha, ich mach einfach die Tür zu. Nice, Holz. Hm, esse. Noch ein Laser-Site. Ich mach das jetzt mal ganz gecheckt. Ja, lecker, lecker Schmackofatz. Hm, da hinten ist noch ein bisschen steig. Ah, fuck. Scheiße. Oh, das ist gerade echt nicht geil. Tja, ich wär ja gern mitgekommen. Aha. Aua. Ey, der kann mich durch die Wand angreifen. Willst du mich verpaschen? Oh, blutig auch noch. Ich bin gleich bei über 500. Na, ich muss hier raus. Läuft. Was sind das eigentlich? Rote Viecher oder was? Äh, nee. Das war ein normaler. Aber der hat mir gereicht. So, da hinten hat er noch mal Holz. Nice. Ey, der verfolgt mich immer noch. Ich hab doch schon mal gesagt, einer hat mich mal von unserer Farmebene bis hoch zu unserem Ding verfolgt. Bis zu unserem Haus. Das war bestimmt fast ein Kilometer, ey. Oh, egal. Manche von denen haben echt den Arsch offen, ganz ehrlich. Oh, ich kann den nicht töten, Alter. Der geht mir so hart auf die Krasse. Lauf, Forrest, lauf. Hätte ich mir mal doch noch einen Bogen gekrafft, ey. Na gut, das hätte dir jetzt bei einem Wolf auch nichts gebracht. Na klar, häng ich mir schon. Ah, er wird leiser. Das war gerade eben auch schon mal. Jetzt verlier ich eigentlich immer noch Energie, obwohl ich eigentlich nicht mehr blute. Bist du vielleicht verstrahlt? Ja, aber 300. Ja, das reicht doch nicht. Bist du hohen. Ich glaube, jetzt rieb. Oh, hier ist ein anderer Spieler. What? Hi. Ja, hier ist ein anderer Spieler. Ah, ich muss hier weg. Ich hab nur noch 4 HP. Äh, bist du die Straße runtergerannt? Alter, der könnte... Ich bin gestorben. Bist du die Straße runtergerannt einfach? Ja. Okay, ich seh's. Ja. Okay. Du siehst mich? Wie soll ich dich sehen? Du bist tot. Äh, okay. Da ist ein anderer Spieler, das... Ich knalle es den Spieler ab. Tust du? Jo. Das hat dein Zeug... Äh, auch. Ja, sonst frage ich mal. Äh, höflich. Nein. Nein, wir raiden ihn jetzt mal. Fuck, ey. Ich brauch noch ne Rüstung wieder, ey. Ey, scheiße. Ich hab doch wie besser... Ah, nee. Das bringt ja auch nix. Egal. Es war... Seht ihr? Deswegen habe ich meinen Revolver mitgenommen. Sonst wär meine P250 nämlich jetzt übern Yoran gewesen. Weise Voraussicht. Das ist natürlich, äh... Klar bei so einem erfahrenen Spieler wie mir. Seems legit. Der Randhabe auch irgendwie mit Rüstung und Fallen und Bogen rum. Also der hatte, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr. Hast du den erwischt? Ich seh ihn nicht. Also ich find den nicht. Und meine Leiche? Oh, scheiße. Ich bin über... Oh, ich bin da... Ich bin verstrahlt. Äh, geh... Bleib... Bleib, äh... Äh, bei meiner Leiche. Pass auf die auf. Ich komm jetzt zurück. Wo bist du gestorben? Äh, am... Am Straßenrand. Äh, Richtung Heimat oder Richtung Raus? Hab ich dich getroffen? Fragt er mich. Hat er dich abgeknallt? Oder wollte er dich vielleicht nur beschützen? Nee. Äh, ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich bin so stark verstrahlt, ich kann da jetzt nicht mehr rein. Also jetzt weiß ich übrigens immer nicht, wo du liegst, ne? Hast du nicht gesagt. Nur um Straßenrand hast du es gesagt. Ja, Straßenrand. Hinter der Radiation Town. Hinter der Radiation Town. Ja, also nicht zu uns hin, sondern von uns weg. Ich weiß, das ist doch gar nicht. Ich mach grad gestik. Auf wen hat er geschossen? Was hat er gesagt? Ich hab's gar nicht gelesen. Ja, aus Versehen, ja. Der wollte mir den Wolf vom Hals halten, aber... Äh, ja. Aber ich bin komisch, weil es trotzdem halt vom Wolf gestorben, weil ich bin wahrscheinlich... Äh... Ja, ja, sollte es so haben. Ja, ja. Er war kurz davor. Wenn ich ihn gefunden hätte, hätte ich ihn abgeknallt. Ja, ich bin so stark verstrahlt. Übrigens, ich find dich nicht hier. Um's verrecken. Ja. Wie weit bist du denn gerannt hinter der Radiation Town? Nicht weit, nicht weit. Das war irgendwo da ein bisschen mit der Rechtshand vom Straßenrand. Geht's da schon so ein bisschen die Böschung runter? Könnte. Tja, und ob der Chiraco den guten Punch-Lover findet? Das ist mir wahr, hey. Das sehen wir in der nächsten Folge. Wir verabschieden uns. Der Punch-Lover, der hat gleich noch ein paar Fists. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.